Ich glaube, gerade in dieser Transformationsphase, das ist das berühmte Zauberwort der Ambidextrie, der Beidhändigkeit, müssen Führungskräfte zwei Dinge leisten. Das eine ist, und so sehe auch ich mich oft oder meine eigene Rolle, ich will Dinge ermöglichen. Ich will meinen Teams Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, damit die wirklich effizient ihren Job tun können. Ich muss nicht selbst der beste Qualifizierungsexperte sein, aber ich muss dafür sorgen, dass die Qualifizierung im Vorstand den Stellenwert hat, den wir brauchen, damit die Transformation erfolgreich sein kann. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, die Führungskräfte heute brauchen. Die andere ist, ich glaube, es braucht tatsächlich mehr Leadership. Die Leute brauchen ein Stück weit, gerade in so Umbruchphasen, mehr Orientierung. Es braucht mehr Dialog. Es braucht mehr Empathie. Völlig richtig.